Ja Leute, heute haben wir das Koliol Seidenheiztuch, 70 auf 70 cm. Ja, und wir haben hier ein 100% Seidenheiztuch, was eine super eleganz und super stabilen Stoff beinhaltet. Das Ganze ist 70 auf 70 cm zu tun und kann als kleiner Schal für euch zusammengerollt werden, quasi. So, und John hat beispielsweise einen eleganten Winterschal für die Koliol Seidenheiztuch. Für den Winter, für den Sommer. Es ist ein wunderbar weicher und schöner Stoff, den ihr hier in der Hand habt. Vor allem auch schön anfühlbar, also wenn ihr hier drüber geht, das fühlt sich echt gut an. Genau. Tja, und das war es eigentlich schon groß mit diesem Unboxed-Video. Wie gesagt, wunderbarer Schal oder auch als alle irgendwelche anderen Funktionen geeignet. Testen es doch einmal selber aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.